Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear The Twin Snakes. Ja, äh, wir haben heute, ich schau mal kurz auf die Uhr, ja, der dritte, der dritte Januar, nicht November, Januar, äh, 2020, genau. Äh, ja, 19.30 Uhr, genau. Ja, ich muss erst mal kurz umdenken. Ja, dieses Projekt haben wir vor sehr, sehr langer Zeit begonnen, es könnte vielleicht jetzt schon ein Jahr her sein, denke ich mal. Ja, und mein Kontrolle ist kaputt gegangen und wir konnten nicht weiterspielen, weil der dann immer so seitlich gelaufen ist. Ich habe mir jetzt einmal mal einen neuen bestellt und dieses Projekt wollte ich jetzt auch nicht unfertig jetzt hier liegen lassen. Äh, das eine Video, das Fail-Video, wo ich die Aufnahme starten wollte, äh, werde ich aus dieser Playlist rausnehmen. Ich werde es aber nicht löschen, ich werde es auf meinem Kanal oben lassen, das geht, glaube ich, bloß sieben Minuten. Und ich werde es nochmal auf dieser Videobeschreibung verlinken, äh, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt, äh. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich, äh, die Parts, weil ich jetzt eigentlich gewusst hätte, wenn es nichts noch vollenden möchte, äh, also nicht unfertig da lassen wollte. Äh, ja, ob ich die alle mit einmal raushaue, äh, zu, 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 zu Aufnahme, zum Aufnahmezeitpunkt, oder ob ich die mit irgendwo hinten dran hänge, da ich jetzt auch einen riesen Puffer habe. Ich habe bis Februar Puffer. Äh, die 15 Uhr Parts, die habe ich genau bis zum, ja, bis zum 1. Februar oben, glaube ich. Ja, oder Ende Januar, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall wurde da neue Parts erst, also den, den ich jetzt noch demnächst aufnehmen möchte, wie Killzone 3, der würde am 1. Februar starten. Und The Gatway Black Monday startet, glaube ich, dann, äh, nee, endet's, keine Ahnung, 6. Februar, 7. Februar, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber ich werde, ja, genau, ich werde, äh, die Twin Snakes direkt hinten dran hängen. Ja, weil zwei Parts sind schon genug und irgendwann wird auch mal eine Zeit sein, wo ich mal weniger zum Aufnehmen komme. Also je größer der Puffer, desto besser ist natürlich bloß blöd, dass ich jetzt hier, äh, ein unfertiges Zeugs hinten dran hänge. Ja, also jetzt hier dieses unfertige Projekt. Ja, ich muss jetzt gerade, äh, ja, erstmal mich wieder reinfriemeln, erstmal eine kleine Testaufnahme machen, weil, wenn ich über die Gamecube aufnehme, ist natürlich die Tonqualität nicht ganz so gut, als zumindest jetzt, äh, für mein Headset. Das ist so leise und ich kann ja den, den Ton ja nicht direkt umstellen oder halt, äh, ja, ich kann den ja jetzt, die Lautstärke ja auch nicht einstellen, auch nicht intern vom Spiel. Deswegen habe ich meinen Rechner laufen, äh, der Ton, den nehme ich auf meinen Rechner auf, der werde ich dann auch zwischendurch bei einem Cutscenes immer mal rüberscheiden, das bekommt ihr aber gar nicht mit, äh, einfach nur mal zum Schauen, dass das noch weiterläuft. Und, äh, mein Aufnahmegerät, meine HD Game Capture 2, nämlich sozusagen das Spiel aufs Spielsound und so halt. Und das werde ich dann zusammenschneiden. Falls etwas asynchron werden sollte, äh, nicht wundern, aber ich habe schon zu Beginn, äh, im Hauptmenü hoch, runtergescrollt und dazu auch gequatscht, äh, um halt, äh, damit ich das dann besser synchronisieren kann, so. Ja, gut, genug gelabert und los geht's. So, the snake's finally come out of his hole. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you, I'm your shadow. What? Ask the father that you killed. I'll send you to hell to meet him. Ah, äh, keine Sorge, Metal Gear Solid, also das Original von diesem Teil, der Teil ist ein bisschen Remake. Metal Gear Solid wird auch relativ zeitnah erscheinen, weil das ja von der Reihenfolge dann auch, äh, direkt hier dran ist. Also, ich muss mich erst mal ein bisschen reinfetzen, hier. Ich glaube, dann müsste jetzt... Ah, da ist schon wieder hier. Okay, wir haben ihn, ah, ja, ich muss mich erst mal wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen, also da, der Controller, ja, ist echt die Hölle von der Gamecube. Also, ich mag ihn nicht. Aber trotzdem, keine Spiele. Ah, die Joysticks, die sind, die sind jetzt wenigstens, äh, die sind schön straff. Also, bei meinem alten Controller, der ja kaputt gegangen ist, die ging recht locker. Okay, jetzt kommen wir mit drauf. Ja, und halt zum Schluss ging aus heiterem Himmel mein Joystick gar nicht mehr. Äh, wie gesagt, könnt ihr euch ja anschauen, was ich mit Kabel. Ah, der ist ja schnell hier. Ja gut, der fliegt auf uns drüber. Ist ja auch... Äh, wir müssen erst mal schnell weg... Ach nein, da... Ja, stimmt. Ich dachte, die schlägt da vorne ein. Äh, ja, ich... Ich bin's gewohnt, ganz leicht, die Schultertasten anzutippen. Äh, um, um halt, die, die, die Waffe auszuwählen. Ah, die ist schon etwas empfindlich, sag ich mal so. Also, mal so richtig antippen. Geht da nicht unbedingt. Jetzt haben wir noch ein paar Stinger. Ah, wir müssen ja, wie gesagt, schon etwas reindrücken. Schultertasten. Sage mal! Demonstration. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt die Weste eingesammelt. Ich seh den zwar voran da, aber ich seh den hier in der Luft gar nicht. Bin ich blind, oder? Äh, wo bist du denn? Okay, wir haben ihn getroffen. Ja, das Schöne ist, wenn wir ihn einmal im Visier haben, können wir auch, äh, etwas seitlich ausrichten. Die Rakete, die fliegt von allein ins Ziel. Ah, komm! Das sind richtig, richtiges Feedback, die, 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 die... Oh, nein, haben wir hier nicht so, also zumindest so von dem Gefühl, ja. Nein, da hörst du dann immer so. Ja, der Vorteil ist, äh, wenn ich den Tod so extern aufnehme, äh, dass ich, äh, die Lautstärke dann, äh, selbst dann nochmal, äh, variieren kann, halt. Oh, komm. Ich weiß nicht, wie weit du kommst. Ich, ich strebe, das Spiel heute durchzuspielen noch. Äh, kann aber passieren, dass ich zwischendurch mal einen Break machen muss. Wurde die höchstwahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Ganz einfach, weil, wenn das Video über zwei Stunden hinausgeht, ist das dann schwierig beim Schneiden. Äh, weil dann das, äh, das Schneiden kann ewig laden und puffen muss, sobald man dann über etwas ändert oder so. Okay, jetzt sind wir... Oh, nein, nein, die, die Rakete fliegt jetzt hier her. Ja, das war... Ja, normalerweise hätten wir vorgemusst, ob okay. Ja, weiß nicht! Eat this! Ah! Ja! Ja! Come on, fly! SNAKE! See you in hell, Liquid. That takes care of the cremation. Snake, the elevator's working. You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored. Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know, I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. Okay, so... ... ... ... ... ... ... ... Ich hoffe, dass alles okay ist. Zumindest nimmt's weiter auf. Ja. Ich hab mal mein Amplight vom Fernseher umgestellt, weil das war mir dann ein bisschen zu helle bei diesem relativ dunklen Spiel. Das ist mir eigentlich immer noch zu helle. Aber ich will's auch nicht ganz ausmachen, dass ich wenigstens ein bisschen Licht hier hab. Ich hab zwar hier noch ein Bow gestehen hier, also so ein Weihnachts-Bow. Aber da bringt nicht allzu viel Licht halt. Normal zock ich auch gerne dunkel, aber... Letzte Aufnahme. Ja. Das Coole ist, das Amplight kann man sogar auch so einstellen, dass sich das nach dem Bild bewegt. Jetzt bei diesem Spiel ist es nicht sehr praktisch. Gerade durch das Codec, da hat man dann oben so übelst das Grün halt. Aber wenn man zum Beispiel das Standing halt, wo man so ein übelstes Panorama hat und so, das ist schon geil, wenn man durch die Gegend wandert und sozusagen halt so so geradeaus guckt auf dem Horizont und halt so die Berge sieht und alles halt und die Landschaft. Und da durch den Himmel, weil dann das Amplight dann mitspielt, da bekommt man dann nochmal so richtig das Gefühl, dass der Himmel eins so ein bisschen blendet. So, weil ich hab ja eine weiße Wand dahinter, so weiße Paneele. Und das ist schon geil. Also, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal groß verwenden werde, als ich den Fernseher gekauft hatte. Ach, das hat schon, also bei manchen Spielen ist das echt geil. Waren wir glaube ich noch ein paar Selbenschussanlagen... Oh, das ist ja hier! Ach, die haben wir alle geschossen, oder? Ja, das ist schön, dass das alles abgespeichert wird, ja. Ich muss mal ganz kurz... gucken... Ah, okay! Ja, wir müssen Start drücken, und dann B, wenn wir Start gedrückt halten, haben wir Pause, und wenn wir das gleiche mit A gedrückt halten, kommen wir aufs Codec, okay? Ah, das war ein bisschen komisch, weil wir haben ja hier keine Select-Unpause, wir haben ja bloß Pause halt. Also nicht so wie bei der PlayStation 2. Aber okay. Ja, die Playlist ist übrigens auch in der Videobeschreibung immer mit verlinkt, also weil... Kann es sein, dass jetzt so einige von euch gar keinen Bezug haben, weil ich jetzt einfach so in der Mitte anfange, wo wir zuletzt aufgehört haben, theoretisch auch nochmal komplett neu anfangen können, aber... Ja. Ich wollte das Projekt einfach bloß beenden, weil ich möchte kein unfertiges Spiel hier lassen. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch Assassin's Creed Ovidges aus Burg, also privat. Ziemlich geil. Also das ist... Das sind so der Anfange vom Assassin halt, wo das gegründet wird. Keine Sog, ich werde jetzt hier nicht spoilern. Hier war Sakasa. Und da erfahrt man natürlich auch schon, wo wie... wie alles so entstanden ist. Zum Beispiel dieses Symbol und so halt. Das ist schon cool, kann ich nur empfehlen, aber es ist ja lang. Also ich habe es über Weihnachten gespielt halt und ich habe es gestern beendet. Und jetzt... haben wir eigentlich eine schwisssichere Weste. Ich weiß gar nicht, ob ich die aufgesammelt habe. Ich sagte, es ist schon eine Weile her, wo wir das gespielt haben. Also... Wo ist die Kamera? Okay, ich habe die Aufmerksamkeit. Wo ist die Kamera? Da ist etwas, was ich schon gesagt habe. Was? Da waren fünf Stealth Camouflage Prototypen in meinem Lab. Ja? Ja? So? Wenn du mit dem, den ich stehe, das bleibt vier. Hey! Das ist nicht die erste Karte Maths. Ich dachte, ich hätte einen für dich, also ich nach dem Lab und... Ja? ... die vier Stealthe waren weg. Also, über den Elevator, wo ich ausfüllen... Es ist wirklich verrückt. Es war, wie jemand es im Intentional zu halten. Wenn du auf dem, warst die Werte-Limit-Warnung? Das ist eine andere Sache, was mich überrascht. Das Warnung ging weg, und ich weiß, dass ich nicht nach dem Limit bin. Wie viel wachst du? About 135. Aber der Elevator hatte eine Werte-Limit von 650 lb. Es dauert mindestens fünf Menschen, um über diesen Limit zu gehen. Schau, Snake! Die Leute, die meine Stealth-Prototypen sind da mit dir mit dir. zu früh, Snake! Jetzt sterben! Ja, wir werden die am besten! Jo! Komm! Wir sind aber auch in einem engen Raum. Ich glaube, wir werden... Ah! Ich nehme jetzt mal das Maschinengewehr! Ja! Haben wir nicht auch da eben irgendwo? Ich glaube, das ist doch das beste Mal gewesen. Also, äh, beim... beim Original, also bei der PS1-Variante habe ich den immer erwürgt. Ich finde das Maschinengewehr, die Farmas, die klingt doch so geil. Achso, ich sagte, dass ich das höchstwahrscheinlich heute zu Ende spiele. Ich muss aber... Ja, stimmt. Ich nehme mal den Ton extra auf. Also, äh, wenn... wenn ich das wirklich machen sollte, müsste ich nach zwei Stunden ungefähr nochmal... Also, müsste ich ja dann das Video nochmal unterbrechen. Und halt, äh, dann müsste ich ja sogar nochmal ins Hauptmenöver, um das zu synchronisieren. Also, um, äh, eine Referenz zu haben, äh, wann ich was schneiden muss. Vielleicht beenden wir das heute doch noch nicht. Aber keine Sorge für euch, es ist sowieso hier keine... kein... äh, kein... keine Pause. Für euch geht's trotzdem normal weiter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zu geizig, einen Düppel zu nehmen. Kriegen wir... Kriegen wir die in Selbstschussanlage? Ja, warte mal... Warte mal, bis die nochmal rumgeht. Okay. Okay, das ist doch... Ja, das ist... muss die eine, ja. Zumindest jetzt in diesem Raum. Im ersten Teil? Also, im Original, meine ich. Äh... Können wir die nicht einfach so mit der Pistole oder so zu schießen, da... brauchen wir... da brauchen wir dann schon ein bisschen was größeres, Alter, geht das bloß schon mit der... mit der... Stinger oder so. Aber da haben wir... ja nicht... Okay, hier drüben ist... Okay, und dann hier vorne noch. Ah, das ist schon cool. So, so, so ruhig hier und so mit dem Wind und so. Das ist... Das hat schon was, so, 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 so... Wenn ich jetzt so grad ist, so ich hier stehe und mich konzentriere und halt hier die... die immer abschieße... Das hat nicht schön was.